hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal 7-7 und heute ihr habt den videotitel gesehen ja keine ahnung worum es geht weil der videotitel ist 7-7 warum mache ich das einerseits mit der youtube-filter uns besser anzeigt wenn man 7 sucht ja man findet unseren kanal ja nicht wenn man 7-7 sucht weil es gibt so viele sachen die mit 7 heißt es gibt ein lied das 7 heißt es gibt ein lied was 7 nation army heißt und so weiter und so fort und da kommt man kaum drauf unser kanal zu finden weil so viele sachen mit 7 gibt die mehr abonnenten die mehr auf falls wir haben oder mehr abonnenten alles egal auf jeden fall mache ich dieses video mit der filter uns schneller findet und ich wollte mal darüber reden wie viele aufrufe also aufrufe an der 1025 oder so und so ziele wir so in diesem jahr so haben also wir haben jetzt die abonnenten ausgeblendet ich werde euch nicht sagen wie viele abonnenten wir haben warum mache ich das einfach weil das ding ist dass viele zuschauer abonnieren einen kanal nun also es könnte sein dass sie jetzt ein cooles video sind sehen von einem kleinen kanal dann liken sie das video und denken so ja ich glaube den kanal abonniere ich der macht coolen stuff dann sehen sie aber der kanal hat jetzt nur 54 abonnenten den abonniere ich jetzt doch nicht dann machen sie das ja nur weil sie die abonnentenzahl sehen wenn sie jetzt ein nicht so gutes video sehen aber dass der youtuber 47 millionen abonnenten oder so hat dann werden sie höchstwahrscheinlich trotzdem abonnieren und einfach aus diesem grund haben wir die abonnenten ausgestellt wird man einfach nicht uns deswegen nicht der aber nicht abonniert einfach weil wir wenig abonnenten haben aber das ist halt so wenn man euch so lange youtube macht außer man hat so mega punch start was in unserer kategorie leider nicht möglich ist weil karten magie der hat irgendwie jeder schon mal das gemacht was wir machen also da gibt es alles schon und das ist schwer dann guten kanal drauf aufzubauen aber es ist möglich mit viel arbeit und ja wir wollen jetzt auch jede woche fünf videos bringen das ist natürlich momentan durch kurs wird 19 nicht so schwer da ist das alles machbar mit den videos und ja ich weiß nicht wir werden es versuchen aber ich kann nicht so schnell sagen wenn ich wieder zur schule muss und kirjan ich weiß gar nicht muss kehren wieder zur schule es könnte sein dass kennt diese woche wieder zur schule muss aber also wenn also wenn wir wieder zur schule müssen weiter dann wird das auf jeden fall nichts mit den fünf videos oder so zeitlich zu knapp mit aufnehmen schneiden hochladen und so deswegen werden wir es jetzt alles so versuchen und dann versuchen wir drei videos die woche oder so das würde auch gut möglich sein so und dann natürlich geht es noch um das thema also ziele ein abonnenten ziel für uns wäre dieses jahr alle also 50 abonnenten wäre ziel alles darüber wäre baba ja deswegen ich wollte schon immer sagen dieser kanal lebt von euch umso mehr support ihr da lasst desto mehr videos werden kommen ja und aufrufe aufrufe hängt komplett von euch ab wenn ihr wollt dass dieser kanal mehr abonnenten bekommt also auch mehr stuff bringt dann müsst ihr einfach einfach wirklich damit würdet ihr uns einen so großen gefallen tun wenn ihr einfach abends kann hier sitzen dass ihr einfach mal wirklich auf eure couch setzt ein video anklickt ihr könnt auch den ton ausmachen handy zur seite packen und macht das immer mal setzt euch hin und macht gar nichts wir haben so viel alltags stress und wir kennen das gar nicht mehr gar nichts tun weil wir immer was machen wir machen immer was wir können nicht einfach irgendwo rum sitzen so nichts jetzt fängt es nicht wirklich an zu regnen oder wir können nicht einfach irgendwo rum sitzen und einfach nichts tun nein wir müssen irgendwas immer machen das ist leider bei uns so doch ist jetzt nicht dein ernst wetter doch macht das einfach mal das tut unwahrscheinlich gut und wenn ihr das einfach mit unseren videos im hintergrund macht wenn er einfach den ton von uns ausmacht wurde uns trotzdem so unfassbar hart unterstützen wird eine längere wortstein bekommen mehr aufrufe dass unser kanal besser gelistet wird wie mehr abonnenten bekommt dadurch viel mehr auf am staff machen neue aufrufe mehr abonnenten also ihr hört schon das ist ein das ist praktisch wie ein rollender stein wenn der erstmal ins rollen kommt dann klappt es auch aber dann muss man ihn erst ins rollen bringen und das ist natürlich eure rolle das hinzubekommen also aufrufe haben wir gar keine ahnung 3 bis 4k werden natürlich super und ich soll jetzt natürlich nach unseren ersten vier zwei drei oder vier monaten auf jeden fall dass wir jetzt nach unserer ersten zeit sehr viele aufrufe bekommen haben 1000 aufrufe ist für unsere abonnenten zahlt sehr viel also laut youtube studio sollten wir mit dieser aufrufzahl eigentlich ungefähr 100 bis 300 abonnenten haben ja ja leider nicht aber daran arbeitet daran arbeitet ihr ja also wenn ihr den stein ins rollen bringt dann kann das auch klappen mit 100 bis 300 abonnenten aber wie schon gesagt das ist euer job unser job sind die videos und jetzt versuchen wir euch fünf videos die woche zu bieten um euch konnten zu bieten und wie schon gesagt macht einfach mal ein video an ton aus von uns natürlich legt es zur seite und setzt euch einfach mal zehn minuten hin und macht nichts das war's von mir ich wünsche euch noch einen schönen tag bei bei